Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4, lecker, flecker. Wir sind Eddie und sind auf dem Weg zum letzten Animus Frugman in Kingston. Und wir möchten es so schnell wie möglich fangen und hoffen, es ist nicht mehr so weit. Denn wir sind schon sehr lange unterwegs. Ja, richtig. Ja, mei, die Asiaten. Ja, also, noch 100 Meter, dann sind wir endlich am Ziel. Der Eddie ist auf dem Weg zu seinem Ziel. Wo ist denn das Ding? Da oben irgendwo. Wird es gleich wohl auftauchen. Aber wenn es, ja, das kriegen wir. Müssen wir nur hier irgendwie hoch. Komme ich hier mit dem Kran da in? Schon mal eine Etage höher. Jein. Ja. So. Jetzt muss ich mich ja eigentlich nur... Zack! Und da haben wir es. Zack! 13 von 13. Kingston ist sowas von leer gefickt von Animus Fragmenten. Falsche Map. So. Jetzt soll ich hier noch irgendwo ein Schatz sein. Da. Okay. Da legen wir aber drüben an. Und dann holen wir den dann. Dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich hier rüberkomme. Gibt es hier nicht so einen da? Da. So einen da. Ist hier so ein Schiff. Komme ich damit auch rüber? Betreten. Was heißt das jetzt? Nach Port Royal. Ist das da drüben? Den Hafen gequeren. Ja. So, warte mal. Ist der Schatz noch angezeigt? Äh. Ja. Da. Okay. Das ist nicht so weit. Das schwimmt der Eddy jetzt mal schnell. Ja. Wo ist denn der da? Da. Der letzte Schatz in Kingston. Das ist doch mal was. Das ist doch mal eine Ansage, der gute Eddy hier. Da lässt er sich nicht lumpen. Da, 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 da. Eine Sandbank mit Schatz. Perfekt. Zack. Kingston. Wir müssten Kingston jetzt eigentlich komplett leer haben. Oder nicht? Warte mal, wie war das hier? Aussichtspunkte alle. Assassinaufträger alle. Truhen alle. Notenblätter alle. Annius-Raugmente alle. Aber ein Geheimnis fehlt noch. Verdammt. Wo ist das denn? Ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Wo ist das Geheimnis? Da ist das Geheimnis. Ha. Da müssen wir mal wieder rüber segeln. Äh. Da sind wir jetzt hergekommen. Da irgendwo. Da immer wieder übersetzen. Wollen wir auch das nehmen. Aber nee. Dann kommen wir vielleicht nicht da an. Wo ich hin will. Nehmen wir lieber das, wo wir hergekommen sind. Auf dem Schiff ist das. Ist das mein Schiff? Ja, ne? Wir hatten die Flagge. Könnte durchaus meins sein. Mainz-Sane. Aber schön gelegen hier, ne? Kingston. Umgeben von Bergen. In einer schönen Bucht. Ah ja. Da lässt sich's leben, würde ich sagen. Da lässt es sich leben. Ja, bitte. Bring mich herüber. Kleines Birdlein. Ah, Eddie. So. Wo sind wir jetzt? Boah. Auf jeden Fall schon mal was näher. Zacki-Dacki. Dann mal rüber da. Der gute alte Eddie. Gehen wir über das Schiff. Hier ist eine kleine Aussparung. Betreten wir es und verlassen es direkt wieder. Schon ein bisschen komisch hier mit der Kamera, ne? Dass das dann so Spritzer draufkommt. Das heißt, dass sie ist real. Hinter dem Eddie. Ist sie immer der Kamera. Ja, ja. Richtig. Gleich hat das geschafft, der gute alte. Ach, das ist auch ein feindliches Gebiet hier im Eckgade. Da können wir ja noch ein bisschen fighten hier sogar. Das trifft sich doch gut. Eddie muss mal wieder ein bisschen seine Kampfkünste unter Beweis stellen. Ich sollte vielleicht mal die Rauchbomben nehmen. Und mal hier die Dicken erstmal erledigen. So. Eddie, was machst du da? Ich bin jetzt von allen Seiten. So, wer ist denn jetzt noch da? Oben hängt noch einer rum. Gut, dann... Klettern wir mal. Kann ich hier nicht hoch? Ja. Eddie... Gott, dieser Kerl. Kannst du hier bitte hoch. Wie eine Spinne, du. Wie eine Spinne ist der Eddie drauf. Da, äh... Da kennt er nix. Könnte ich jetzt was sehen. Idiot. So geht das. Ja, richtig. Der Eddie kann's. So, wo ist jetzt hier der... Da ist der Schatz. Mit einer Axt drauf. Okay, wir haben alle Geheimnisse. Wir haben Kingston gelöst. Manuskript mal eins. Kingen wir nicht irgendwie so einen Sound gelöst oder so? Schade. Aber wir haben alles. Nein. Wir haben noch eine Taverne, sehe ich da oben. Oh Gott. Äh... Ich denke immer, wir hätten alles. Dann kommt immer noch noch irgendwas. Warum ist das hier nicht aufgedeckt? Aha. Äh... Wo ist denn die Taverne? Bin ich blöd? Wird die mir nicht angezeigt oder so? Das hier hatten wir, ne? Lagerhaus ist leer. Hä? Wo ist denn hier eine Taverne? Wird die mir nicht angezeigt? Muss man die finden? Äh... Nicht... So ganz sicher. Ich finde jetzt... Also ich seh keine, oder? Bin ich blöd. Ich gehe mal ins Dorf. Vielleicht finde ich sie da. Ich bin der König der Welt. So. Gucken wir mal, ob wir da irgendwo eine Taverne finden. Das wäre ja gelacht. Wenn wir die nicht finden würden, oder? Mal schauen. Der gute Eddie wird die Augen offen halten. Und die Kamera hinter ihm auch. Taverne. 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 Kann man die Leute hier nicht mal fragen, ob hier irgendeine Taverne ist. Ist es das hier? Flower. Paradiso Flower. Ist das ein Taverne? Nee, oder? Das sieht mir nicht danach aus. Kannst du dich noch so lange an Fensterladen hängen? Guter, Ellie. Aber wenn, dann ist sie doch bestimmt hier irgendwo. Das ist ein Taverne, das ist ein Taverne. ich sehe jetzt hier keine ich dachte so was wird einem angezeigt ist ernsthaft dass die windmühle liebe leute gibt es keine taverne ernsthaft jetzt soll hier sein hier war sie auch nicht auf der seite was mache ich denn jetzt aber nix aber nix zurück zum boot da wäre sehe ich jedenfalls jetzt nicht kann ja mal nachgucken online aber hier sehe ich jetzt definitiv keinen taverne kann ich jetzt zum schiff hier mit ich will zum schiff hiermit ja zurück zum schiff wir haben noch einiges vor uns ich mich auch nicht mehr da liebe mannschaft ich war schon lange nicht mehr da so ja steuer unternehmen und ab raus hier würde ich sagen in see stechen ich hätte mal erst mal ein schnellreise menü gucken sollen aber gut das kann man ja der gute die betritt wieder die ländlichen menschen sagen die wässrigen gefilde der karibik sagt da sind wir wieder auf der see unser schiff hat gut hit points das haben wir verbessert ich gucke mal auf die map wo überhaupt hin müssen hier was es überhaupt so zu tun gibt ich weiß nicht ob unser schiff schon gut genug ist hier für zum beispiel hier na wasser geld gewinnen hoch ach das ist nur mittel können wir eigentlich mal versuchen gehört das zu kingston ist kingston da genau der grenze oder was man weiß es nicht aber wir könnten es versuchen na wasser na wasser da versuchen da ist keine ich habe nur einfach mal drauf aussehen kann man ja mal machen kann man ja mal machen da sind schon wieder schiffe da um ein wahl das ist was ist das ein konvoi oder was war das wie mache ich denn noch mal hier den 3.000 reale mal schnell hier so mir nichts hier nichts abwracken wir treffen den hier so das war's und für euch holen wir den gerade erst mal das ging ja einfach 3000 reale hier für nix und wieder nix absolute profis am werk alle aus der großwerden gegner feiert so dann mal bitte ja ihr seid gleich noch dran ich setze jetzt hier erstmal über intern jetzt hier gegen welche crew und die kundschaft da müssen wir töten hallo eddy ja da war ganz okay ich kann mich gar nicht mehr drehen da will ich hin ja aber voll in den bauch du auch ey oder was ja wohl kommt da hinten noch eine rein der war nicht ganz gut aber ja auch nicht doch sieben haben wir schon getügelt immerhin so die kundschaft das ist ein bestimmter ja hier oben das ist ein seil oder was gibt es doch nicht da habe ich keine waffe oder warum kämpft er nicht ok 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 eddy kannst du mal bitte weg laufen ja klar das ist so dumm weißt du da macht er einfach nix er hat eine waffe macht einfach nix pisser jetzt ist das ding weg oder was was ist denn das jetzt hier 90 metall 105 metall ist ja immer besser die sind auch ein bisschen größer nicht das ist schon arg viel metall mussten zwar suchen also was kommen wir noch nicht versuchen was man mit dem bausern ich kann mörser mörder ist da bereit zu schießen wurden getroffen ausgetrickst mein freund den kriegen wir den kriegen wir ich weiß jetzt nicht ob das der mit 90 ist oder mit 105 reicht noch nicht das wird jetzt ein ganz schöner fight so mal anlegen hier 20 flagge und offiziere und mit dem ding komme ich wahrscheinlich nicht mal über da irgendwie rüber ist 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 ein habe ich ja die beiden die beiden viecher die habe ich schon erledigt glaube ich ja da holen wir uns mal gerade die flagge hier hoch so wir müssen noch höher oder zumindest nochmal irgendwie da rüber gut Eddie gut 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 hier hoch ähm und jetzt noch höher jetzt die frage welche wahrscheinlich hier hoch nochmal das ist aber ein riesen schiff alter schwede ja komm weiter warum gehst du nicht weiter will der mich verarschen auf das also er will er nicht hoch das geht nicht müssen wir hier hoch oh oh Eddie ey mach jetzt keinen scheiß so kann ich hey hallo Eddie so die flagge ab sauber kommen wir jetzt hier runter wir sollten lieber die seite nehmen oh oh ja okay das hier ist die jackdor 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 vor allem jackdor dann das andere schiff zu kommen und ich könnte vielleicht mit der biströbe müssen das ausreden habe ich eine Leute oder mal sehen kann ich hier so so noch irgendwo was der hat mich getroffen ernsthaft warte nach alter was hält denn der aus was die dicken da aushalten ist und was ich habe zweimal ins gemitt geschossen noch einen arsch das tötet ihn aber oder das bessere kanonen damit bräuchte ich so ein sniper so noch einen leute dann haben wir es so viel kuh habe ich gar nicht verloren ich dachte zack boom bang was ist das mit 105 ach ich glaube das ist unser größter metallschatz aller zeiten perfekto 105 was machen wir ich glaube wir müssen die jackdor reparieren aber ich würde es auch gerne aufnehmen in unsere flotte wir machen es mal so ab in unsere flotte damit besser ist das ich habe glaube ich ein timer ich angemacht was haben wir in dieser folge alles gemacht ich glaube ja dass es fünf Minuten oben sind ehrlich gesagt hm den timer vergessen ich würde sagen wir sehen uns hier in der nächsten folge einfach wieder und dann machen wir weiter hier und nehmen das vor ein welches hinter uns liegt und da ist auch wieder das andere schiff da was wir nicht eingenommen haben ja würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn es wieder heißt Assassin's Creed 5 äh 4 bis dahin macht's gut tschau tschau Vielen Dank.